Hallo, ich bin's Conny und meine beiden Freunde Freddy und Teddy sind auch da. Was haben sie denn heute mitgebracht? Hm? Ich glaube, ich bin ein Igel oder so. Dazu gibt es ein Fingerspiel. Igelein, Igelein, schau doch in den Spiegel rein, denn in diesem Spiegelein wird ein zweiter Igel sein. Und jetzt kann man verschiedene Tiere verwenden. Mäuschenklein, Mäuschenklein, schau doch in den Spiegel rein, denn in diesem Spiegelein wird ein zweites Mäuschen sein. Häschenklein, Häschenklein, schau doch in den Spiegel rein, denn in diesem Spiegelein wird ein zweites Häschen sein. Viel Spaß damit!